Hey Kinders, was geht bei euch? Willkommen zum aktuellsten CSGO Overwatch und heute nehm ich den Scheiß auf, egal was passiert. Ich hab jetzt keine Zeit für Spielchen. Bitte sei kein brutaler Spinbotter, bitte. Bitte mach sonst auch nichts, dankeschön. Es wirkt im Moment noch ziemlich normal. Wunderschön, Leute. Spannendes Teil. Er laggt irgendwie so ganz leicht. Hat er da vielleicht... 152, der andere 154. Ich nehme mal an, dass sie da kotige Server am Start haben, aber es geht auch schon runter. Das habe ich manchmal auch am Anfang der Runde sehr, sehr gut. Wir gucken mal weiter, was hier läuft. Also ich bin... Ich bin beruhigt. Denn ich konnte jetzt seit... Zwei Wochen oder sowas. Kein Overwatch aufnehmen. Falls es eins kam, dann war das irgendwie voraufgenommen. Es ist einfach... Es ist... Es ist einfach im Moment unmöglich, oder es war für mich unmöglich, weil man... Erstens mal nur das 2 hat, was scheiße langweilig ist beim dritten Mal. Und dann Spinbotter die ganze Zeit, die sich drehen und Leute abnatzen. Warum spielt ihr denn im Warm-Up so? Hört doch auf. Im Warm-Up ist es unangenehm, so zu spielen. Bitte, bitte guck nicht durch die Wand. Den siehst du nicht. Den siehst du nicht. Vielleicht hat er ihn auch gehört. Wir hoffen... Wir plädieren mal drauf, dass er ihn gehört hat. Ich meine, gut, im Warm-Up ist ja klar, dass die von da und da hinten kommen. Aber er ist dann doch passend stehen geblieben. Krass, Mann. Ich wünsche mir jemanden, der nicht cheatet. Obwohl ja eigentlich in Overwatch... Es ist ja nicht schlimm, wenn jemand cheatet. Ich meine... Da wird dann halt reported, von mir angeschaut, gewurstet und gebannt. Letztens hat jemand gezeigt, wie schnell es geht. Es geht extrem schnell, dieser Bun übrigens. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich meine... Also ja, es gibt eine Technik, wie man die auflösen kann, die Namen. Die echten Namen von den Leuten aus der Demo. Und er hat dann einfach bei ihm auf den Account geguckt. Und siehe da, es hat... Also es hat keine Stunde, keine halbe Stunde. Ich glaube, es hat nur wenige Minuten gedauert. Dann war der Bun direkt drin. Wahrscheinlich war er eben auch der letzte Overwatcher, der den... Der den Fall dann praktisch... Ja, der über Hür oder Hot entscheidet. Einer... Wie viele sind es? Sieben Overwatcher oder acht, die sich sowas angucken müssen? Ist das jetzt die erste Runde? Ja, es ist die erste Runde. Okay. Also... Er eben schon so ein bisschen vor sich hin. Aber ich würde jetzt zum Beispiel... Er geht da in den Kitchen rein. Da könnte auch jemand kommen. Und er hat einfach nur ein Knife in der Hand. Und hier hat er kein Knife in der Hand, wenn er in die Richtung schaut, wo er ist. Ah, das war sein Kollege. Okay. Sein Kollege ist gesteppt. Vielleicht könnte er meinen... Also... Ich unterstelle ihm vielleicht so ganz, ganz leicht ein Waller. Aber es muss nicht sein. Endlich wieder... Also wenn du jetzt durch das Fenster ballerst, mein Freund... Raste dich aber aus. Nicht ans Fenster schießen. Das ist jetzt völlig legitim. Klar, dass da noch einer ist. Bomb is off B down. Der ist hier wahrscheinlich irgendwo. Ja, okay. Das war... Ich würde sagen, das war legitim. Kann man so machen. Auf jeden Fall. Ja. Wir gucken mal weiter, was so passiert. Wir gucken mal weiter. Oh, Mo. Ich bin noch ein bisschen zerstört, wie man sieht. Ich habe... Ja, unter der Woche ist es einfach scheiße. Um Gottes Willen. Der Schlaf fehlt mir echt aus den Semesterferien. Da konnte ich mich einfach... Wie so ein Penner konnte ich mich einfach hinlegen, wenn ich müde war. Aber jetzt muss ich halt eben mal durch. Oh, mein Freund. Was machst du? Äh, der Headshot ging echt hart rein, aber trotzdem war das eigentlich eine legitime Abaimung. Den konnte man durch den Spalt sehen. Aber entweder ist es die Demo oder sein Fadenkreuz zuckelt auf die Gegner drauf. Also es ist einfach so ein Ruckler jedes Mal mit dabei. Nicht immer auf den Kopf, aber es ruckelt so komisch hin und her. Es könnte ein Demo-Fail sein. Muss aber nicht. Der andere war auf Kamspawn und ist jetzt gegangen. Aha. Es läuft bei ihm. Es läuft. Hm. Also. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Man sollte... Ja, ich weiß. Man sollte auf jeden Fall angezeigt bekommen, was das für eine Elo ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Um einschätzen zu können, wie es wohl aussieht. Aber... Weil er sieht vom Movement manchmal so Lully-mäßig aus. Manchmal. Und macht aber schon echt gute Teile. Aber Movement muss ja auch nicht immer was heißen. Ich bin ja auch manchmal einmal auf den Boden gucken. Und bin trotzdem Global 3. Klar. Also. Der ist auf dem Radar so oder so. Was das klar ist. Der ist noch gestorben. Der Sandwich-Bombe liegt da rum. Er ging jetzt aber... Wow. Ist aber auch vor allem an der Stelle sehr, sehr machbar. Dieser Schuss. Also den habe ich auch schon diverse Male gemacht. Wow. Was für eine hektische Kaufrunde. Ich spüre mal ein bisschen vor. Okay. Jetzt könnte er in die Bredouille kommen. Denn... Na ja. Das hätte ihn fast getroffen. Ich mache langsam. Da oben mit abgesmoked. Gut. Für ihn, falls er cheatet. Weil das ist ja seine Ausrede, dass er da nicht hingucken muss. Oh. Da ging ich rein. Vergesst den heutigen Livestream nicht. Freitag 22 Uhr. Hm. Ich weiß nicht, warum er jetzt nochmal justiert hat. Dieses nach unten. Aber... Also, wisst ihr. Man sieht es ja manchmal bei Wallhackern. Wenn zwei Gegner da sind. Ist einer halt auf der unteren Ebene. Und einer auf der oberen. Und dann aimt er eben in diese Richtungen. Und der untere wäre jetzt drangekommen. Aber... Ich sage auch einfach mal, dass es jetzt... Auf jeden Fall... Zufall war, dass er da gerade gewackelt hat. Da hat er auf den Schuss geschossen. Also, er hat den Schuss gehört und schießt drauf. Oh, Jungs. Vorsicht. Und Team Attack. Aber keine Grief Team Attack. Hm. Also... Die beiden sind tot. Weil der eine kommt jetzt von hinten. Palace ist auch was. Palace ist auch einer. Und Palace ist sehr close. Und ihn sieht er... Es war also... Ja, ich würde sagen... Ich würde nach wie vor sagen, dass er... Dass er... Oh Gott, was ist denn jetzt los? Was war denn das? Was für ein... Was muss passieren, dass die Maus einfach so ganz langsam gerade hoch geht? Und wieder kurz dagegen gewackelt hat. Warte. Hm. Na ja, auf jeden Fall, diese Palace-Geschichte, die hinten bei Ramp wurden, gekillt von seinem Maid. Das heißt, der andere ist wahrscheinlich im Palace. Da würde ich mich auch da hinstellen. Sobald der Call kommt, Vorsicht. Ramp ist down. Wahrscheinlich Palace oder irgendwie so hinter ihm. Und da hat ihn... Eigentlich hätte er ihn gesehen. Oh Gott, was... Was haben die für Gegner, bitteschön. Der... Also, er... Er hat nach hinten geschaut und der war sichtbar durch die Wand. Er hat sich überhaupt nicht darum geschert. Hat sich voll in den Rücken schießen lassen. Ich sag sogar nach wie vor, Leute, dass da nichts ist. Also, Puffen kommt gleich von oben. Wieder die Smoke. Schade. Hat der... Also, ihn kann er jetzt nicht gesehen haben, aber er wurde wahrscheinlich angesagt, weil hier zwei standen, die ihn crossen gesehen haben. Sogar jetzt drei. Ne, immer noch zwei. So. Da kommt jetzt einer on spot. Okay, und der... Ich weiß jetzt nicht, ob der von hier oben... Oh, guck mal, wie er am chillen ist. Ich weiß nicht, ob der hier unten jetzt von dem da oben gesichtet wurde. Das war jetzt ein bisschen merkwürdig, dass er halt... Ne, 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 das macht auch Sinn. Macht auch Sinn, weil sein Maid ja hier steht. Das heißt, er stand auch hinter der Ecke. Er muss nicht auf Stairs gucken. Das heißt, die können nur hier hinten auf dieser Ebene stehen. Oder kommen. Für ihn in dem Fall. Aber... Aber der... Warum kann ich nicht zurückspulen? Verfickt nochmal. Der war schon echt merkwürdig, oder? Da ist ihn mal reingerannt und er hat trotzdem... Also, wenn dann extrem zufällig auf den Hinteren schießen wollen. Und hat den Vorderen getroffen. Ah, ich weiß nicht. Also, unter Wall-Lag-Verdacht habe ich ihn auf jeden Fall. Aber auf keinen Fall... Ich habe keinen bestätigten Bedacht irgendwie. Ich weiß nicht, warum... Vielleicht, weil ich mir seit Anfang an jetzt eingeredet habe, dass er nichts hat. Oder mir wünsche, dass er gar nichts hat. Beziehungsweise, dass es schwierig wird. Und was... Das ist es auch auf jeden Fall. Das ist schwierig geworden. Ähm... Mal gucken, was er hier jetzt macht. Aber jetzt schön up-aimt. Mit was geht er jetzt vor mit der... Boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, er ist schon echt sehr frei. Die anderen Spiele gingen sehr strikt bei ihm. Sehr, sehr strikt. Auf seinem Platz und dann hat er abgeaimt. Und jetzt wurde B gecallt. Jetzt ist es E. Shit, ich glaube, das ist die letzte Runde, ne? Also, ich habe ihn wirklich unter Verdacht, dass er Warlake hat. Aber es ist leider noch für mich im Moment noch zu ungenau. Also, ich könnte ihm jetzt nichts drücken. Nicht mit gutem Gewissen. Also, ich bekomme gerade in letzter Zeit in Match... In Watch... Match My Wingman auch immer wieder gesagt, Cheater, Cheater. Und ab dem Moment, wo das geschrieben wird, fällt... Also, ich kann das selbst nicht lesen. Es schreiben dann immer die Kollegen, ne? Ich habe ja die T-Gegen einmal gemutet. Ab dem Moment mache ich dann sogar noch Sachen, noch krassere Sachen, wo ich selbst denke, shit, wenn das ein Overwatch versieht, meine Skins sind weg, um Gottes Willen. Die einfach Cheater-like wirken. Weil ich über Intuition oder wie auch immer, Wingman ist ja auch verkleinert, die Map ist sehr klein. Das heißt, da kann man noch intuitiver arbeiten. Wie so eine Art Warlhack dann habe. Es wirkt so, als hätte ich Warlhack. Und deswegen... Will ich ihm da jetzt auch... Es ist noch zu unsicher einfach. Es kommt noch eine Runde, sehr gut. Es ist mir einfach zu unsicher. So, Monsieur, immer noch AWP am Start, okay? Warum nicht? Er will oben ins... Sie haben jetzt auch die Spots getauscht. So, jetzt machen wir durch die Smoke was, mein Sohn. Den hört man nicht. Diesen Wagon hat man nicht gehört. Vergesst den heutigen Livestream nicht. Freitag, 22 Uhr. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag. Ab 19.30 Uhr und jeden Freitag. Ab 22 Uhr. Ich weiß auch nicht, ob man in die Smoke rein aimt. Also, die Smoke lag, glaube ich, sehr weit außen. Na gut, wenn sie rausspringen. Hat man die irgendwie steppen gehört? Auf irgendeine Art und Weise? Fuck, ey. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir einfach nicht sicher. Ich bin mir leider zu unsicher. Also, ich denke, er hatte wahrscheinlich einen Vision Assist gehabt. Aber ich bin mir zu unsicher. Also, mit viel Intuition und auf einer High-Elo würde das gehen, was er gemacht hat. Wenn er ein ganz guter Spieler ist. Ich bin mir leider zu unsicher. Tut mir leid. Verschlagt mich bitte nicht. Hallo? Chilt? Kommt runter? Dankeschön. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tot zau.